hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von fantasy trainer heute sind wir nicht mit 11 millionen power am starten an heute nur 4 millionen und ich habe euch in der letzten folge gesagt ich habe eine challenge überlegt und hier links seht ihr sie ich habe jetzt aus jedem dieser drei teams das für mich beste pokémon ausgewählt klar hier zum beispiel wäre besser dass länger überleben könnte und hier oben wer thundorus vom level besser aber ich finde dieses team hier ja ich würde gerne mal testen und wir schauen uns einfach mal wir haben insgesamt vier millionen power ich bin gespannt ob wir das schaffen ob überhaupt ein finden okay 3,3 millionen das ist nicht gut er tut mir auch ein bisschen leid weil ich an seine recht an seiner stelle würde ich denken okay das packe ich mein herzlich doch sieht dass nur einem pokémon eben entgegen steht ist er natürlich ein bisschen ich hoffe euch geht's gut heute ist es wieder schön warm oder was heißt schön warm zu warm für meinen geschmack 30 grad draußen in meinem zimmer sind wahrscheinlich bis zu 40 grad weil ich die schieße noch anhaben richtig richtig heiß also ich habe auch die ganze zeit am stuhl fest ist es so ätzend einfach okay ersten kampf gewonnen lassen ansonsten hoffe ich euch bei euch passt alles euch geht's gut weil sie fragen hat zu fantasy trailer zu golden city zu anderen apps vielleicht auch könnt ihr sie mir gerne schreiben entweder per e mail oder in den spielen selber hier als ich die drake server 210 bei golden city bin ich server zwei server 28 und heiße asl dann könnt ihr euch gerne mich wenden fragen schreiben tipps geben vielleicht auch andere challenge ideen die ihr schon immer mal sehen wollte bis jetzt noch nicht gesehen habe ich hatte nichts dagegen wir sind jetzt auch hier schon im zweiten kampf ersten kampf gott und zum zum glück gewinnen steht 1 0 für uns immer gespannt wie das gewählt das ist nämlich das hier ist ganz praktisch war er zwei drachen borgoman und drache ist nicht so gut gegen gegen ferry beziehungsweise was heißt nicht so gut das ist ähnlich wie normal die über tag gegen groß dann machst du auch kein schaden der triste nicht mal und hier haben wir jetzt einen schönen drachen gegen bei quasi auch top aber hier merkt man richtig die unterschiede mein drei quasi als 400.000 niedriger und er hat jedoch drei pokémon die aufeinander abgestimmt sind oder zumindest ein bisschen aufeinander abgestimmt und dennoch macht das ist es so schwer da finde ich echt beeindruckend eigentlich sollte man ja mal denn es ist ungefähr ausgeglichen ich meine das was mein pokémon hat dies dass die verbindende eier mit drei pokémon trotzdem 20 ihr seht auch wind 35 diese woche muss ich nicht in 60 schaffen und heute schon samstag also muss ich leider noch viel machen aber so macht es auf jeden fall spaß der gegner der wird uns flachsen der wird uns richtig rasieren richtig rasieren okay das war jetzt nämlich gegen den schilden ich habe jetzt schon angst der gegner wird uns sowas von rasieren schade schokolade das hier ist natürlich super komm schon ich muss unbedingt wieder die ferni attacke bekommen unbedingt komm schon aber jetzt erst mal elektroschaden erhöhen und jetzt kommen schon dann raus und okay und um dass der aufgibt mit 2,8 2,8 gegen 800 und er gibt auf also das raff ich echt nicht danke dass sie wieder zu sein wir haben wir drachen pokémon unter anderem also die welt hat ist der drache und da dann haben wir rex böser das müsste sogar das müsste eis und pflanze sein und natürlich eis anzeigen können und schneesturm das wird interessant ich denke sogar das wird er packen das muss dann nur bei kurser angreifen da könnten ja schon mal sie sind nicht dort verdammt ja der kampf leider verloren jetzt wird spannend 2,7 gegen 1,8 er glaubt es wahrscheinlich jeder also er glaubt jetzt wahrscheinlich ganzes team aber na gut mein kater hat mich gehabt besucht ja komm schon aber was hat der für ne iq 7 ja ok ich hab ja schon einmal geliefert das hier könnte uns jetzt richtig nerven da er mein pokémon langsamer machen kann aber 2,7 gegen 1,8 auch gewonnen ja damit müsste es glaube ich jetzt 3,0 stehen oder ich schau mal was sagt der timer ok timer sagt gar nichts ich habe ihn nicht gestellt ähm ich werde es einfach noch einen kampf anmachen vielleicht finden wir was gutes ok mein da haue ich ab oder ist noch mal derselbe äh 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 ok doch dem stelle ich mich wenn er mich besiegt dann besiegt er mich aber das da bin ich jetzt gespannt das reißt mich jetzt ok voraika sind wir schon mal größtenteils sicher erst für uns aber nicht das ist schon mal gut ok sein vorteil ist er hat tapulele da noch können seine pokémon öfter angreifen als noch einmal Problem ist das muss so lange durchhalten dass es die ferriattacke einsetzen kann weil wir überhaupt mal eine chance haben ok ok und ah seine rekase lebt noch ok tapu goko unbedingt höher trainieren ach schade schade ok jetzt bin ich gespannt 2 6 gegen 1 3 3 3 4 ah hier die kombination tornados g und ho oh hier wird mich richtig rasieren okay es ist jetzt schon kommen ok hier haben wir nichts gutes hier haben wir nichts gutes ja angeblich Genau deswegen wird es uns rasieren. Aber Raikawaza kann man nicht so leicht stunnen. Ja jetzt setzen wir einfach mal die Ulti ein, jetzt setzen wir einfach mal die Ulti ein. Mach schon ganz gut Damage, aber jetzt sind wir leider tot. Pohos Angriff überleben wir nicht, doch, aber dann geht uns jetzt gut. Ach schade schade 2-0, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, wir haben 2 zu 1 gewonnen. Leider den letzten Kampf verloren, aber es war trotzdem ein interessanter Kampf. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen, da werde ich dann entweder ein anderes Team, andere Pokémon ausprobieren oder, ja ich denke ich würde einfach ganz normal zocken. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr Fragen habt etc, einfach schreiben, seid nicht schüchtern und wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann. Motors. – darauf am, bis dann。 presum gehen. – Still dann auch nicht mal zurück. – Wie ja, sind deine Sache. – Königmal Sei doch schon genau. Be-, gemiddug hand Пом chimisch. – Ich hatte dabei das germ – grammi nicht mehr drin.